Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MU-Elektronik Österreich. Mein Name ist Christoph Redl, ich arbeite im technischen Support und werde Ihnen heute das Mico Brückset zeigen. Das Brückset ist geeignet für Mico Basic, Mico Classic und Mico Plus. Ebenfalls ist es möglich ein Redundanzmodul wie MB Diode oder MB Redundancy mit einem Mico zu verbinden. Mico Classic ist das intelligente Stromversorgungssystem von MU-Elektronik für Anwendungen im 24 Volt Bereich. Das Abschaltverhalten ist ausgelegt, das so früh wie nötig, aber so spät wie möglich abgeschaltet wird. Die Module überwachen Ströme auf bis zu vier Kanälen, signalisieren Grenzlasten und lösen bei Kurzschlüssen oder Überlasten konsequent aus. Das Mico Classic bietet Ihnen folgende Funktionen. Zwei oder vier Ausgangskanäle, einstellbare Strombereiche, fern einschalten über ein 24 Volt Signal, potenzialfreier Meldekontakt, minimale Verlustleistung, temperaturunabhängig und optimales Abschaltverhalten, so früh wie nötig, so spät wie möglich. Das Mico Basic bietet Ihnen folgende Funktionen. Vier oder acht Ausgangskanäle, fest eingestellte Auslöseströme, zwei, vier oder sechs Ampere. Es ist besonders platzsparend, 66 Prozent weniger Platzbedarf im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern, fern einschalten über ein 24 Volt Signal, Sammelmeldekontakt, minimale Verlustleistung, es ist temperaturunabhängig und optimales Abschaltverhalten, so früh wie nötig, so spät wie möglich. Um höchste Maschinenverfügbarkeit zu erreichen, werden Stromversorgungssysteme oft redundant aufgebaut mit zwei Netzgeräten. Das aktive Redundanzmodul MB Redundancy Balance von MooElektronik entkoppelt zwei unabhängige Netzgeräte und erzeugt eine redundante 24 Volt Steuerspannung. Die Last wird mit der 50-50 Auto Balancing Technology gleichmäßig verteilt. Anhand des Mico Testkoffers kann ich Ihnen im Detail zeigen, wie die Brücken eingesetzt werden. Das ist unser Mico Testkoffer. Ich setze jetzt als erstes die 24 Volt Brücke ein. Die ist oben einzusetzen. Die 0 Volt Brücke dementsprechend unten einzusetzen. Anschließend beide Klappen aufklappen, um die Brücken für das On-Signal. Setze ich mit der Zange ein und die Brücke für die Sammelmeldung. Die ist da runter. Dann den Deckel wieder zuklappen und das Brückset ist fertig eingesetzt. Falls Sie noch weitere Fragen zum Brückset haben, können Sie gerne das Datenblatt in unserem Webshop herunterladen. Da finden Sie auch Informationen, wie man das Brückset einsetzt, nochmal in einem Bild. Falls Sie Fragen zum Mico Testkoffer haben, können Sie gerne unseren Vertrieb kontaktieren. Der kommt gerne vorbei und führt das Mico Brückset bzw. die Funktion des Mico bei Ihnen direkt vor. Blauport Blauport Blau refrigerierter Blau Butt